Ja, euch an einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag und ja, jetzt wollen wir die essen hier gerade gemeinsam. So, mal schauen. Jetzt war alles in grün. Wann auch nicht. Okay. So. Ja, das ist die letzte Weihnachtsfolge und ja. Kusi muss gleich arbeiten. Haben wir gleich stormfreie Bude. Hervorragend. Lass das stehen oder räumst du auf? Er räumst selber. Alles klar, er räumst auf. Ja, ein bisschen schlupf. Hm. So. Huch. Komm nicht mehr schnell ran, ich muss mal auf die Toilette. Hände waschen, ich muss auch mal seine Zähne putzen. Und sie geduschen. Äh, jetzt so. Ja, es stinkt. Es stinkt. Du musst aber jetzt nicht ein bisschen gedulden. Naja, aber ich stehe nicht nur die Finger, sondern, ähm, was hängt da auf seinem Problem? Ekliger, sanitär, zählst du, das ist dreckig. Ich verstehe, das ist echt widerlich. Hm, jetzt sagen wir mal, kannst du nicht überhaupt krank werden oder so? Das habe ich noch nicht erlebt hier. Ist dick geworden, ne? Kannst du sagen? Hier sind die doch fett, oder? Die sind so fetter geworden. Und da los. So, er ist jetzt nun... Der wäre jetzt ein Buch, ne? Haben wir hier so ein... Ach, mal hätte ich irgendwo... Wo waren das? Hatte ich eher so ein... Basketball... ...Geschichte-Kopp. Haben wir das nicht hingestellt, was nicht hier? Doch, hier ist das doch wunderbar. Komm hier. Mal ein bisschen Sport hier, komm. Wurf... Würfe ausprobieren. So. Upp, zack. Wird draußen schon umgezogen. Der freie Sicht, oder? Okay. Und, wie sieht es aus? Na, aber aber nix. Aber am Hopp. Ah, was ist das denn? Uh, das ist ein Schlipp im Fehler, oder? Huch, Ball ist nur sichtbar. Ich muss noch ein bisschen üben. Ah, endlich. Na, geht doch. Geht doch. Da war aber nix, ne? Ja? Was für ein Tag haben wir denn? Na ja, um Sonntag. Da muss er nicht zur Schule hin. Und verschleunigen wir machen. Weil ich hab jetzt trainieren. Ah, hier, Zeit. Das ist ein Profi-Wert hier. Weiter, weiter, weiter. Hier, nicht schwächen. So, das ist noch im grünen Bereich. Ach so. Ich hab doch keinen Hunger. Alles gut, weiter. Double-Aufstieg. Und, weiter geht's. Level 6, der Motorikfähigkeit erreicht. Mhm. Na, dann gehen alle daneben. Veränder. Hör ab. Haben keine Zeit für dich. Was ist er da? Wo ist er, kann er mitspielen? Hier zu gehen. Rein bitten. Reaktion, was er in einem anderen. Hm, freundlich. Lass ihn doch rein. Frag ihn doch rein. So, hau gut, ich werde hier mal duschen. Warum hinkt er so durch? Wenn man jahrelang biebst, wir da rieben. Wirst du so traurig. Wirst du noch mal kennenlernen. Äh, freundlich, ne? Wir haben lange Zeit nicht mehr miteinander geredet. Auf Kultur beziehen. Beste Freunde werden. Natürlich werden wir beste Freunde hier kommen. Ich glaub, wir brauchen Freunde. Komm. Traurig. Was ist er traurig? Traurig. Traurig. Ich schau mal an, Hau! Werenker! Wann hier ist das? Wann? Ich hab schon gesagt! Roshi Zee, wir sind... Ich weiß nicht, dass wir uns da hinten haben. Tatsächlich. Jawolli. So ein Foto von den beiden so. Auf jeden Fall nicht mehr noch. Fünf wohl machen sollen, ne? Ah, recht. Kennenlernen. Besser kennenlernen. Einen Schaden. Eindlich. Schicht erzählen. Ordentlich. Abenteuer spielen. Oh, oh, oh. Glaffi von Maya Woosh. Sie ist... Ja, ich hoffe, die Kiesel, wenn überhaupt noch neustisch. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie so ein bisschen mehr realistischere Gesichtszüge hinbekommen würden. Und detailliertere... Ja... Körper hier irgendwie, ne? Also irgendwie... Alles so sehr nach Plastik aus. Oh... Spielen wir mal so'n Riesentelli. Geht mal so... Was ist das denn? Jetzt sind wir dazu hier. So, hier, die beiden doch. Besser, Foto. Besser, ne? Super, das haut hier ab. Wollt ihr jetzt vor? Spitzig mit ihm. Hm. Wann haben wir beim Abend spielen? So, was ist er denn jetzt? Was macht er? Der Schüter. Oh, er ist schön. So. Fernsehen. Okay. Was gucken wir denn da? Hey! Ich hab gleich geguckt, was sollte das? Manu. Na gut. So, die geht zur Arbeit. Scheine große Brüder zu sein, oder? Scheine große Brüder zu sein, oder? So. Oh, oh, oh. Schlaffi, Famaia Wush. Ja. Äh. Segen mit Krikette dran. Verstehe ich nicht so ganz. Weitere ich nicht? Da muss ich nicht jetzt unterhalten. Ich hab' auch vielleicht gern ein Cappuccino. Man kann sich aber ziemlich debil nennen, der ist echt echt, irgendwie gruselig aus an Grimsen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ich muss auch mal messen, die Mann an den anderen. es läuft ganz gut anscheinend ja was macht sie es geht noch mal Da muss man nach Hause. Okay. Dass du mir jetzt helfbar hast, die Messer. Ah, okay, danke. Denke ich, okay. Brauchst du den Müll noch weg? Geh zu Hause, ja? Das kann man mal machen, aber dann muss ich das noch wieder wegmachen. Haben noch Hausaufgaben zu machen eigentlich. Zusatzaufgaben machen. Weißt du das? Ah. Ich muss wieder aufräumen danach, so. Beschleunige mal. Warten wir nicht hier. Das geht jetzt zusammen. Hm, das dauert ein bisschen. Ich glaube, wir kommen spät ins Bett. Ich muss auch auf Toilette. Das wäre das ganze Wetter, aber ehrlich so. Auf der Abschluss ist das noch sauer. Kann ich mich noch abschieben, von ihr? Ne, geht nicht. Nach Hause sollte man gehen. Auf geht's nach Hause, junger Mann. Zack. Hoch. Läuft. Das ist so zu wahren. Das sind große alte Freunde einfach so Alleinzeuge, oder? Das ist ausgelassen. Das ist klar, das geht dann lieber, wenn ich gleich ein kleines Spiel möchte. Sie tanzt wieder zur schönen Weihnachtsmusik. Dann muss ich auf Toilette wenden. Dann Hände waschen. Wie spät denn das schon? Hehehe. Jetzt haben wir gekniffene Beine wieder. So. So, und dann... Das Bett bringen lassen. Natürlich. So schleunen wir die ganze Geschichte mal. Das ist müde, genau. Siehst du, da haben wir es. Ja, sie geht da hin. Wie geht der denn jetzt hin? Was macht der denn da? Das macht der Zähne. Okay. Sieht sich schon ein bisschen aus wie Teufel, oder? Gerade so ein Spiegel, so leicht bläutig. So, jetzt geht's ins Bett. Alles klar. Gute Nacht. Ja, wunderbar. Und damit denke ich mal, es ist auch Zeit, dass wir jetzt die letzte Folge der Weihnachtsfolge natürlich, die letzte Folge von Timo, die letzte Weihnachtsfolge halt, zu Ende bringen. Huch. Ich wollte das hier so, ne? Das hier ausmachen. Wunderbar. So. Ja, da bin ich weg. Und, ähm, mir schläft. Und wir sehen uns dann halt in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier jetzt mal gleich alles anfangen umzubauen, wieder die Weihnachtssachen wegzumachen, damit ich wieder reguläre Folgen aufnehmen kann. Alles klar. Habt euch wohl. Und, er lacht. Er träumt wieder schön. Und sie tanzt wieder zum Anfang. Ach, die Sicherheit ist unglaublich. Achso, habt euch wohl, ich hoffe, ihr hattet hervorragende Weihnachtstage und, ähm, euch hat's so ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken, was hier so passiert. Ich kommentiere nicht zu viel hier gerne. Äh, äh, nicht, ja, nicht zu viel. Ähm, können einige schlecht finden, vielleicht andere finden's gut, keine Ahnung. Ähm, ich find's immer noch wichtig, dass das Spiel auf einen wirken kann. Für mich ist es schwierig, auch, ähm, so jetzt, diese ganzen Bilderchen, was hier so in Sprechblasen haben, zu kommentieren. Mir fallen ja dann mal nicht grad in die richtigen Sätze ein. Das würde ich ja, Konversation irgendwie vor, äh, zitieren, was da drauf angezeigt wird. Aber, hm, das ist halt nicht meine Art. Ähm, ja, ist halt so. So. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und, ähm, ja, ich mach jetzt die ganze Weihnachtsdeko weg und werde mal sehen, ob ich dann noch eine normale Folge aufnehme und mal gucken, ob ich das heute noch mache. Mal sehen. Alles klar, was habt euch wohl und, ähm, ja, und dann, ähm, ähm, gibt's ja dann noch die, eine Neujahrsfolge wahrscheinlich, muss ich mal schauen, ob ich das schaffe. Ähm, das wird dann aber wahrscheinlich, glaub ich, gar nicht Sims sein, was glaub ich da, was passendes da hätte oder Idee hätte. Eine Party könnte man vielleicht werfen, aber es fehlt ja das Feuerwerk und sowas. Ähm, muss ich mal gucken, ob es sowas gibt. oder im Moment, das, der PG ist ja, dieses Haushalt ist ja sehr, sehr begrenzt oder ich, äh, nicht cheater, ähm, ja. Muss irgendwas gehen in diesem, diesen, diesen, diesen PG-Bereich. Schauen wir mal. Okay. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao. Immer noch erkältet. Auf Wiedersehen. puzzles voi sein. Also gehen wir aufen.